Es gibt drei Grundfragen des Lebens. Die erste ist, woher komme ich? Die zweite ist, wo bin ich? Und damit verbunden die Frage, wer bin ich? Die dritte, wohin gehe ich? Auf die Frage, woher komme ich, gibt uns die Bibel folgende Antwort. Wir kommen vom Paradies. Gott hatte die ersten Menschen, Adam und Eva, für das Paradies und nicht für diese Erde geschaffen. Da war alles sehr gut. Da Gott Liebe ist und er die Menschen für eine Liebesbeziehung geschaffen hatte, hatte er den Menschen die Möglichkeit gegeben, das Paradies den Ort, wo es nur Gutes gab, um den Ort der wunderbaren Gemeinschaft mit Gott zu verlassen. Liebe ist nur da möglich, wo es einen freien Willen gibt. Deshalb gibt es im Paradies den Baum von Gut und Böse. Gott hatte Adam und Eva verboten, von diesem Baum zu essen. Aber der Teufel hatte in Form der Schlange Eva und Adam durch Lügen dazu gebracht, Gott ungehorsam zu sein und von diesem Baum zu essen. Der Teufel versprach ihnen, wie Gott zu sein, wenn sie selbst über Gut und Böse entscheiden können. Die Konsequenz ist, dass wir nun in einer Welt leben, wo es Gutes und Böses gibt. Gott akzeptierte die Entscheidung der Menschen. Doch er hörte nicht auf, sie zu lieben. Deshalb erwählte er das Volk Israel und gab ihm das Gesetz. Das Gesetz ist nichts anderes als eine Beschreibung, was gut ist. Jesus sagte, die Zusammenfassung des Gesetzes geht so. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen. Dies nennt man die goldene Regel. In fast allen großen Weltreligionen finden wir diese Regel umgekehrt. Alles, was ihr nicht wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen nicht. Es ist logisch. Wenn wir Menschen danach leben würden, wäre das Leben auf dieser Erde sehr schön. Doch es ist offensichtlich, dass wir Menschen nicht danach leben. Einige leben mehr danach und andere weniger. Aber niemand erfüllt das Gesetz vollkommen. Die Bibel nennt das Brechen des Gesetzes Sünde. Das Problem des Gesetzes ist, es zeigt nur den richtigen Weg. Aber es gibt nicht die Kraft, den Weg zu gehen. Deshalb ist das Gesetz nicht die Lösung des Problems, sondern zeigt nur auf, dass wir eine Erlösung brauchen. Deshalb ist Jesus gekommen. Als Erlöser hat er die Lösung gebracht. Durch seinen Tod am Kreuz können wir Vergebung für unsere Sünden und eine neue Kreatur bekommen. Die Fähigkeit ist, das Gesetz zu halten. Der erste Schritt, um diese Erlösung anzunehmen, heißt Buße. Buße heißt, im Denken umzukehren. Um zu denken. Im Kern geht es darum zu erkennen, dass die Entscheidung von Adam und Eva, selber zu entscheiden, was gut und böse ist, zu widerrufen. Natürlich glaubte Adam und Eva wie die meisten Menschen, dass sie fähig sind, das Gute zu wählen und das Gute zu leben. Aber das war offensichtlich ein Irrglaube. Wir Menschen müssen erkennen, dass wir oft nicht das Gute gewählt haben und wenn wir es noch gewählt haben, es nicht leben konnten. Wir müssen erkennen, dass wir gesündigt haben und dürfen uns entscheiden, die Vergebung und das neue Leben in einer neuen Kreatur anzunehmen. Die Wassertaufe drückt dies wunderbar aus. Durch das Untertauchen in das Wasser stirbt der alte Mensch und wird begraben. Und durch das Hochkommen aus dem Wasser steht ein neuer Mensch auf, der wieder in dieser wunderbaren Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater leben kann und fähig ist, das Gute zu tun, welches im Gesetz beschrieben ist. Diese Befähigung geschieht durch die Taufe im Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, in diesem neuen Leben zu leben. Jetzt ist die Zeit, um dieses wunderbare Angebot anzunehmen. Doch diese Zeit geht zu Ende, wenn wir sterben oder Jesus wiederkommt. In dieser Welt von Gut und Böse zu leben, ist auf die Dauer unbefriedigend. Wir sehnen uns doch alle nach einem Ort, wo nur das Gute ist. Deshalb wird Jesus ein zweites Mal kommen als Richter und König. Wer das Angebot der Erlösung angenommen hat, wird in Ewigkeit mit Jesus im Himmelreich leben, wo es nur Gutes gibt. Wer das Angebot der Erlösung nicht angenommen hat, wird in Ewigkeit im Reich der Hölle leben, wo es nur das Böse gibt. Die Entscheidung liegt bei uns jetzt.